Ja, willkommen zu einem neuen Video. Heute ist das Thema Ultra-Syn-Buddy-Mosfet-Gen. Das ist quasi jetzt ein Aufbau einer Reihe und zwar gibt es schon ein Video zum Balken-Mosfet und zum Double-Gate-Mosfet. Das hier ist quasi so eine Variation des Balken-Mosfets. Wir haben auch ein Video dazu gemacht, wie dieser Grund-Mosfet, also der Balken-Mosfet, denn überhaupt produziert wird, hergestellt wird. Die ganzen Videos sind alle unten verlinkt, könnt ihr euch gerne auch anschauen, falls das hier schon zu kompliziert wäre. Ansonsten gibt es da auch eine Menge Playlists von uns, die sind auch nochmal unten verlinkt, könnt ihr gerne vorbeischauen. Wir wollen uns wieder anschauen, was ist denn der Aufbau von so einem Balken-Mosfet und das Banddiagramm. Vor allem, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, was ist der Unterschied zwischen einem Balken-Mosfet und einem Ultra-Syn-Buddy-Mosfet. Und der Unterschied ist, dass es eben ein Ultra-Syn-Buddy-Mosfet eben ein Balken-Mosfet ist mit SOI, also Silicon-On-Isolator, also eine extrem dünne Substratschicht nur besitzt, was eben sehr große Vorteile hat, wenn wir in die Kurzkanaleffekte gehen. Also man kann zum Beispiel ein Ultra-Syn-Buddy-Mosfet benutzen, um eben Kurzkanale herzustellen, die eben Tunneln und Ähnliches nicht so schnell zulassen, wodurch man halt eben auch kürzere Kanallängen erreichen kann. Schauen wir uns also mal den Aufbau an. Wie auch beim Ultra-Syn-Buddy-Mosfet haben wir halt erstmal ein Substrat als Grundschicht, Grundsubstanz, sage ich mal. In diesem Substrat drinnen haben wir jetzt, also sagen wir es mal vielleicht erstmal gröber gesehen, dieses Substrat ist eigentlich höher. So groß ist normalerweise das Substrat. Dieser Strich, den ich hier drin eingezeichnet habe, der ist jetzt erstmal irrelevant. Wir haben ja so ein Substrat im Endeffekt, das so groß ist, wie das Ganze hier gezeichnet ist. Und in dieses Substrat bringen wir im Endeffekt eine Source ein und einen Drain ein. Das sind ja unsere Kontaktierungsstellen quasi für unseren Mosfet. Dann hätten wir ja hier überall Substrat, auch da, wo der Strich jetzt durchgeht, wäre überall Substrat. Was wir jetzt aber machen, ist, dass wir quasi hier eine Grenzschicht zwischen einbauen. Das heißt, hier ist auch Substrat. Und in diesem Grenzbereich, den wir hier haben, wollen wir eben kein Substrat haben, sondern wir bauen das quasi so auf, dass wir eine Substratschicht haben. Auf diese Substratschicht bringen wir dann eine Isolatorschicht ein, also Isolator. Und auf diese Isolatorschicht ist wieder unser Substrat, das wir dann eben zu Source und Drain dimensionieren, sodass wir quasi hier eine extrem dünne Substratschicht haben, und dann ein Isolator kommt und dann unser Gesamtsubstrat. Alles, was unter dem Isolator ist, ist uns aber im Endeffekt egal. Das interessiert uns nicht mehr, weil es halt durch den Isolator abgeschottet ist. Dann kommt hier eben oben drauf wieder unser Isolator, unser Gateoxid, also das hochreine Isolationsmittel, das ist Siliciumoxid in sehr rein. Und darauf kommt dann eben unser Gate aus Polysilizium. Das heißt, wir haben hier, ich nenne es mal direkt StO2, unser Gateoxid, dann Source, Substrat, Drain, Isolator und dann wieder Substrat. Das Substrat, was wir hier haben, ist eigentlich nur das Grundsubstrat, aus dem wir halt diese Isolator und so weiter Schicht aufgebaut haben. Was uns jetzt aber interessiert ist, warum mache ich das so kurz, was bringt mir das Ganze, dass das so kurz ist? Das hat eben Vorteile dadurch, dass dann weniger Tunnel und weniger Magnetfeld, elektrische Feldeindringung ins Substrat geschieht. Also was wir hier sehen können, ist, dass von Source nach Drain ja elektrische Feldlinien zeigen werden. Wenn der Isolator hier nicht wäre, dann könnten diese sich auch so rundförmig ausbreiten. Die werden aber hier durch diesen Isolator abgeschnitten. Deswegen können sie tatsächlich nur eindimensional von Source nach Drain sich ausbreiten und nicht auch noch in Substratrichtung rein. Was eben dafür sorgt, dass keine Sättigung, was eben dafür sorgt, dass diese typische MOSFET-Sättigung, die man halt kennt, also ich denke, die Kennlinie von dem MOSFET ist bekannt, bei Drain-Strohnen zu Drain-Source-Spannung, da sättigt das Ganze. Das würde nicht mehr geschehen, wenn wir eben diese Substratschicht komplett groß machen, also den Isolator rausnehmen und das Ganze viel kleiner bauen, also quasi einen Kurzkanal bauen, dann würde diese Sättigung nicht mehr eintreten. Deswegen bringt uns diese Silicon- und Isolatorschicht, die wir beim Ultra-Send-Body-MOSFET haben, eben hier den Vorteil. Jetzt wollen wir uns das Banddiagramm mal anschauen. Also Energieniveau über den Ort aufgetragen, durchgeschnitten von Gate durch SO2-Schicht, durch Substrat, durch Isolator. Und die sieht eben wieder wie folgt aus, ähnlich wie beim Bike-MOSFET zu Anfang, dass wir halt hier unser Gate haben. Dann kommt ja unsere Isolatorschicht, die hat ein deutlich höheres Energieniveau, also man braucht viel mehr Energie, um durch den Isolator durchzukommen. Dann kommt unsere Substratschicht, die ist wiederum niedriger als unsere Isolatorschicht, also da haben wir wieder so eine Sonneschicht hier, die halt schon höher als das Gate ist vom Energieniveau, aber nicht so hoch ist wie der Isolator. Und im Endeffekt kommt eine vergrabene Oxidschicht nochmal drauf, das ist ja wieder hier unser Isolator, vergrabene Oxidschicht, das ist wie der SO2 nur im Vergraben im Substrat, das halt eben eine sehr hohe Überwindung an Energie braucht, damit das Ganze funktioniert. Das heißt, hier ist unser Gateoxid, Siliciumoxid, SO2, dann unser Body, nennt man das, und dann unsere vergrabene Oxidschicht. Oxidschicht. Und was man halt hier relativ gut erkennen kann, okay, wir haben nicht mehr diese Ausbreitung unseres Bodies komplett in das Substrat rein, und damit ist halt auch diese Ladungsträgerverteilung an der Randschicht viel mehr gezwungen, auch an der Randschicht zu sein, die kann sich jetzt nicht mehr ausbreiten mit in das Substrat rein, sondern liegt tatsächlich wirklich sehr groß und nah an diesem SO2 an, und ist quasi auch gezwungen, diese vergrabene Oxid steht vielleicht noch dünner, und quetscht das Ganze wirklich richtig nah an das SO2, womit halt hier oben unsere Ladungsträgerverteilung noch tatsächlich direkt an unserem Kanal dran liegt. Genau, wie gesagt, es gibt weitere Videos mit dem Doublegate-Mosfet und auch das Bike-Mosfet-Video, wenn es da Unverständnis zu gibt. Ansonsten auch noch weitere Grundlagenvideos, die in der Playlist vor der CIO Nano-Elektronik erklärt sind, da könnt ihr gerne vorbeischauen. Ansonsten, wenn es dazu Fragen gibt, natürlich auch gerne in die Kommentare stellen, und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, und bis zum nächsten Video.